recht herzlich willkommen zur neunzehnten folge von planet nomads ja wöchentliches update 6.12 haben wir jetzt also 0.6.12 ja und wir laden gerade noch so da sind wir drin ok die wände müssen wir noch bauen die decke ja ja und jetzt mal mit dem licht hier beschäftigt was nicht ging so irgendwie müssen eine lösung da finden gucken wir mal in den 3d drucker irgendwas irgendwas wie dass man eine batteriezelle ok und elektrische und mechanische teile halt gut da war nix gehen wir mal auf b gucken da rein das sind sachen die wir haben das war das licht für die decke nee das war nicht die decke oder doch ok irgendwie was was wir gebrauchen können dass die frage dass viele teile aber item dispenser ok ok das kann irgendwie was transferieren den haben wir das müssen wir machen das haben wir noch nicht indoor light haben wir auch nicht das können aufbauen gucken wir mal gerade nummer 9 da unten wird es hingehen aber irgendwie geht es auch noch nicht weil da geht es naja wo geht es ne aber da wird es gehen da sieht es komisch aus da wird es auch gehen da geht es überall ja aber wir brauchen erstmal ressourcen weggehen und müssen irgendwie wir sind ziemlich langsam weil wir hunger haben und keine energie das 05 das sagt sind auch durstig aber zu essen das ist nicht das können wir nehmen ein bisschen besser jetzt wir gucken mal hier rein ob da was in unserer lebensmittelmaschine ist nix zu essen drinnen können wir nicht da fehlt uns die biomasse einen können wir machen wir brauchen mehr biomasse zum mehr essen machen was da noch drinnen das ist im biogenerator drinnen ok und Samen haben wir Batterie nö ne trockenes fleisch haben wir ne und hier ist noch viermal biopaste ok können wir nur noch was essen und das fleisch dreckiges wasser haben wir noch aber wir haben kein frisches wasser und da fehlen uns die kräuter ja Kräuter fehlen aber wie kommen wir an die ne ich denke wir essen was und dann gucken wir dazu dass wir schlafen einmal da noch was essen 30 haben wir können wir eigentlich hier einen von essen oder so jetzt mal 54 trinken wir haben nichts zu trinken und dann noch ein bisschen 58 essen denke mir jetzt schlafen wir erst raus und dann gehen wir da unten zu unserer rettungskapsel dann gehen wir da mal rein und Spacebar und dann drücken wir ja und schlafen ne Runde warum geht das jetzt runter und ist nicht hochgegangen irgendwie keine Energie mehr warum ist das jetzt 0 also irgendwas läuft doch nicht richtig dann können wir jetzt das nehmen da passt was nicht mit den Einstellungen vom Charakter ja toll dann können wir uns nicht ausruhen damit werden wir auch nicht schneller das ist auch doof und dann müssen wir gucken dass wir erstmal ja Biomasse kriegen oder also das war jetzt ein neues update dass das so läuft Hunger Durst keine Energie läuft und den Baum irgendwie kaputt kriegen wir jetzt fällt er um steht noch einer hinter nach das sind zwei gewesen ja ok kriegen wir den irgendwie da weg den Baum genau erstmal kleiner langer Baum ist das immer wieder Batterie leer jetzt noch nicht jetzt haben wir keine Energie mehr die ist 0 trinken ist 0 essen 19 nix tolles ne kriegen wir das von hier oben hier ist ne gut müssen wir runter ja jetzt sind wir ins Wasser gefallen und wieder raus da drauf geht das na egal jetzt bauen wir ihn ab gut da haben wir 6 Biomassen gekriegt und hier nochmal dann oder auch nochmal 6 und wo ist der Rest da ist der Rest und die dritten davon gut und da ist er weg ich sehe irgendwas noch ins Wasser gefallen ne sieht nicht so aus ne es ist irgendwie nicht tief genug ne ne kann man nicht richtig schwimmen ok kommen wir raus so kommen wir raus nochmal ein bisschen höher nochmal fliegen so jetzt mal Biomasse auf jeden Fall gehen wir zurück aber wir haben keine Kräuter da können wir kein frisches Wasser machen ne da ist da rübergepackt und ja da fehlen die Kräuter was heißt da dreckiges können das auch trinken ne dann haben wir Hunger mehr und unsere Gesundheit ist angegriffen ja machen wir da was von viermal gut wir brauchen jetzt unbedingt Kräuter so dann mal raus und dann gehen wir mal weiter mal gucken ob wir irgendwo welche finden ne aber ich weiß nicht wir haben schon mal besucht und das war so schwierig ob diese hier gibt können wir hier was abbauen hier ist auch irgendwie nix ne das können wir abbauen oder ja aber Biomasse nur das wieder drei aber kommen keine Kräuter raus die Dinger gehen nicht also gehen schon weg aber nicht nicht richtig für das was wir brauchen da wieder drei ne vier Container da ist auch noch einer drei Bio Container das war nix da ist noch was zum abbauen komm lauf schon funktioniert irgendwie nicht ne jetzt geht's dann ist aber die Batterie jetzt leer super oder zweit weg Kräuter kriegen wir auch nicht da raus ne ein bisschen näher Dreh aufladen geht irgendwie nicht der geht aber auch keine Kräuter auch weg er will nicht mal näher ah jetzt geht er aber auch keine Kräuter mit dem Fliegen ist man glaube ich ein bisschen schneller da wieder abbauen kein nix nur Biomasse das Biomasse zu weit weg jetzt geht's jetzt geht's Batterie leer und Biomasse auch nix da sind noch welche von diesen Pflanzen sieht aus wie Farn nix ja da ist ein dicker Stein was ist das da ja bohren wir mal ab Silikon also Silizium Kohlenstoff und was war das dritte weiß ich jetzt nicht ja wieder Biomasse was ist das hier für ein Berg sieht so anders aus können wir das abbauen Eisen Kohlenstoff und Silizium schön passt hier gibt's genug Ressourcen jetzt durch diesen neuen Stein so einmal noch Batterie wieder leer zweimal sogar noch da noch mal und jetzt ist er weg so da unten ist irgendwie so ein Zuhause und wo sind hier die Kräuter keine drin keine keine wo wir keine Kräuter haben haben wir auch kein frisches Wasser das ist jetzt gerade nicht gut da waren welche drin ok dann Richtung Heimat gucken ob wir in der Richtung noch was kriegen nicht auch nicht ein bisschen schneller voran und auch nicht ja los weiter sind schon ziemlich schlank oder langsam weil wir jetzt gar keine Klamotten mehr haben wir bauen auch schon ab kein Essen kein Trinken unsere Gesundheit fällt jetzt müssen wir fliegen damit wir vorn kommen irgendwo hat mich einer gerade angegriffen hoffen ist das jetzt falsch schaden gewesen oder will er uns umbringen wo ist er sehen nicht gehen wir lieber zurück da vorne ist er glaubt rechts oder da da ist er da sollen wir ja nach links drehen wir wollen nicht nochmal angegriffen werden wir laufen langsam zu langsam fliegen wir mal ein Stück vor da ist das Nest und da hinten ist unser Zuhause jetzt kein voll schaden nein das ist auch nicht gut momentan 59 3 das ist nicht viel ne ok jetzt sind noch Temperaturprobleme da viele probleme haben wir ja fliegen wir da erstmal hin so jetzt sind wir mindestens an der Basis jetzt gehen wir erstmal hier zur Essensmaschine und frische Wasser machen und einmal Kräuter rüber geht noch einmal nicht zweimal Kräuter Kraft und Kräuter rüber ok da können wir einen essen und frisches Wasser einmal nehmen ok jetzt gehts uns ein bisschen besser ein bisschen was essen noch ja irgendwie läuft das gott schlecht den nehmen die da aufpacken das wäre dann noch eine lösung aber auch nicht die beste gut raus wo meine 3d drucker ist hier was im grünen haus hier in dem ex haus können doch wir haben das glaubt alles oder wir haben das dass das ja das ist hier drin im container oder da war noch samen genau mit dem wir müssen das richtig da reinpacken hier da so die nehmen auch mit die früchte und dann brauchen wir noch dreckiges wasser das ist hier drin da gibt es eine neue tastenkombination jetzt dass wir das teilen können geht ja geht super das dreckige wasser und zum gewächshaus auf und dann können wir das machen das dreckige wasser rüber die samen rüber und wie immer sagen wir jetzt nicht die ist da drin oder noch was von auch zehn stück was mit der steuerungstaste haben wir zurück da rein und rüber gepackt und jetzt geht's da das war jetzt das falsche wir wollen nicht da früchte machen wir wollen wasser machen da so jetzt hat zum glück noch geklappt ne zweimal geht nicht einmal nur mauer wasser also wasser noch nicht aber kräuter gut so jetzt müssen wir gucken dass wir das wasser irgendwie kriegen zum trinken da können wir noch ein nehmen es ist also das update war schwierig jetzt sozusagen zum überleben dann mal vier drei nur noch das ist nicht gut noch mehr essen da geht dann das stamina wieder runter also die energie wird dann zwar das andere besser aber auch nicht wirklich toll fleisch können wir essen das trockenfleisch ja nehmen wir und dann ist das wenigstens besser momentan das trinken gefällt jetzt gucken wir da noch mal rein wie weit ist das das dauert ewig gut jetzt ist jetzt nacht kommen wir da jetzt schlafen vielleicht ist es weil es letztens keine nacht war dass wir uns nicht erholen konnte können ja auch sein ja ich werde mal rein drücken und dann weiß ich auch nicht wie es geht dann würde ich aber sagen soll es für die folge erstmal reichen ich bedanke mich recht herzlich für zuschauen und würde mich freuen wenn ihr wieder nächster dabei seid ciao